Hallo und herzlich willkommen bei Davide Costanza. Heute drehen wir dieses kleines Video aus meinem Büro und ich mache das, weil ich will euch etwas schenken. Ich will nämlich ein bisschen meine private Welt mitnehmen und zwar ich werde am Sonntag und am Montag bei der OPA Awards in Amsterdam sein. Viele wahrscheinlich wissen das nicht, werden Sie jetzt erfahren, ich bin ein großer Liebhaber und Fan von OPA, Klassikmusik sozusagen, von vielen Stücke, die ich besonders mag oder mein Lieblingskomponist ist Puccini, aber zurück an der Sache, ich werde für alle meine Follower und meine YouTube-Abonnenten eine Verlinkung unter diesem Video zur Verfügung stellen, damit auch sie und ihr dabei sein könntet. Daher, ich wünsche euch viel Spaß, wie ich hoffe, zu haben. Wenn ihr wolltet, könntet ihr auch diese Zeitschrift abonnieren. Ich finde den toll als OPA-Liebhaber, als Musik-Liebhaber und daher wäre auch nicht schlecht, wenn Sie profitieren würden von OPA Awards am Montag, Livestreaming zu, ein bisschen davon zu genießen. Es wird wirklich ein sehr spannender Abend sein. Vielen, vielen Dank für alle Follower, die sich abonniert haben, für alle YouTube-Abonnenten, die bei mir sind und das ist mein kleines Dankeschön für euch. Danke und wir sehen uns hier namens der Dame, hoffe ich. Bis bald, ciao!